Halli, hallo und willkommen zurück bei Minecraft Entrance bei Damakash. Hallo. Hallöchen. Ja, Mensch. Du nimmst Gestalt an dein Haus, oder? Ja, auch wenn es eine komische Gestalt ist. Gestalt ist Gestalt. Echt, du filmst? Jetzt schon, weiß nicht. Also ich finde das mit dem Vordach eigentlich schon ganz cool. Ja, das ist cool, ne? Das gefällt mir doch ganz gut. Ich wollte noch Dinger machen, ne? Weißt du? War das eigentlich ein Holzzäune? Ja, genau. Das war der Plan. Ja, ja, ja. Ja, da braucht man ein paar Sticks. Ach so, siehste, da könnte ich doch eigentlich mal, damit man nicht runterfällt hier, grenze ich das mal. Oh, oh, ich habe eine Höhle. Ich habe eine Höhle gebaut. Ich muss hier dringend. Du hast eine Höhle? Wo bist du? Wo hast du denn eine Höhle gebaut? Ja, ich habe hier noch gar nichts ausgeleuchtet. Ach so, ach so, ja. Bei mir kam gerade der Höhlen-Sound. Ah, okay, okay, ja. Und darf er noch zwei? So. Da sind schon ein paar Zäune. So. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ob ich sie denn? Jetzt kann ich das da auch draufsetzen. Wie ist da? So. Da habe ich keine Zäune mehr. Ich werde ja schwach. Hopp. Okay. Guck mal, was ist das? Das ist ja schon zu hoch eigentlich, ne? Ja. Die Frage. Was ist zu hoch? Warte, ich komme rauf. So, mit den Laternen. Ich würde die Laternen gerne auf die Höhe hängen. Ja, wieso nicht? Wäre das schon, meinst du? Ich gucke mal von unten, warte. Autsch. Ich hätte dir jetzt vorstellt, dass das sieht so lustig aus. Wie so ein Insekt, ne? So ein bisschen. Mit den Fühlern. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Habe ich da für eine Bude gebaut? So ein kleiner Käfer, ne? Ja, wenn man von hier guckt, ne, könnte man denken, Fenster ist so, weißt du, das sind so die Äuglein und dann da oben die Fühler drin. Das sieht ein bisschen aus wie ein Marienkäfer. Oh, wie schön. Oh, ein Marienkäferhäuschen hast du. Da komm ich. Super, Wommi, klasse. Hast du gut gemacht. Ja, ne, läuft, ne? Ja. Das war sehr gut. So, aber guck mal, warte mal. Dann nehme ich auch hier für die Terrasse, dann harmoniert es nämlich wieder ein bisschen besser. Nehme ich mal den Zaun hier weg. Dann mache ich hier auch Schwarz-Eiche hin. Dann habe ich hier alles zugebaut. Ne, du hast doch niemandem was zugebaut. Ach so. Also die Aussicht. Ja gut, aber das ist halt, ja, das ist halt Dachterrasse. Ich sag ja, und hier könnte man doch eigentlich echt sowas wie so eine, oder man könnte ja auch noch ein Teil überdachen und dann mit einer Theke oder so, weißt du? Also so als Partyplatz nutzen für die ganzen Leute, die hier mittlerweile wohnen. Das wäre vielleicht gar nicht, weißt du, ein Gemeinschaftsraum ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ne, ne, wieso denn? Also finde ich gut. Ich finde es cool, dass ich Andréna fast als Nachbarn habe, als Direkten. Ja. Bei Mina im Sims-Lasplay, da wohnt er ja in meinem Haus. Ja, 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 ja. Das ist schon, das ist schon lausert. Ja. Ähm, ich mach noch Kloster-Dinger. Da habt ihr fleißig, ähm, neulich, ähm, WoW aufgenommen, ne? Ja, ja. Du sagst irgendwie drei Stunden oder so wolltet ihr, habt ihr das, ähm, habt ihr die kompletten drei Stunden gemacht, tatsächlich? Oh, ne. Also das war schon so einiges, was da aufgenommen werden wollte, hat er erzählt, jetzt hat er endlich Zeit zum Aufnehmen und dann ist er WoW machen wollte. Äh, ne Zeit lang haben wir echt so viel aufgenommen wegen, ähm, Weihnachten, weil er da Urlaub hatte. Ja. Da hatten wir, ich glaub, vier Wochen, vier Wochen Folgen im Voraus gehabt. Jetzt sind wir da so ein bisschen... Ach du Scheiße. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Oh, wo kommt denn der her? Der muss da unten gespawnt sein. Ah, der nicht. Ja, falls du diese Folge siehst, ne? Mach mal Licht hier in deiner Bude. Wir waren's nicht. Na gut, dann müssen wir reparieren. Ja, ja, das mach ich schon, das, ähm, macht nichts. Machst du das? Ja, ja. Ja, ich bin, ich hab ja auch nicht viel hier, ich mach grad noch ne... Ich häng ihm jetzt hier mal noch Fackeln hin. Ähm, sicher ist sicher. Ja. Weil das muss ja hier drin gespawnt sein, das Mistding, ey. Okay. So. Ähm, Teppich. So. Das, das, das Einzige, was bei den Krippern echt, was da auch einfach nervt, ist, dass dann teilweise die Rohstoffe verschwinden. Das ist schade, ja. Das nervt einfach. So, jetzt brauche ich, was ist denn das? Das ist Eichenholz, glaube ich. Hast du da oben noch Eichenholz, was du mir runterschmeißen kannst? Ich guck mal grad. Fünf, äh, Eichenholzdinger hab ich. Ja, das reicht. Mhm. Ist nur für den mittleren Stamm hier. Ja, das langt, okay. Achtung. Fuck. Auf den Kopf. So. Da kommt da ein Kripper die Treppe hoch, also. Das ist aber auch gemein, ne? Das ist aber wirklich nicht nett. Die heißen aber auch, Kripper, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, ja. Die schleichen sich an. Also, ich finde das unhöflich. Ja, das ist auch. Also, das ist, ähm, überhaupt kein bisschen nett. Nee, überhaupt nicht. So. Die haben nicht geklingelt. Die haben, also. Ja, niemand hat gesagt, dass die herkommen sollen, ne? Finde ich auch. Nee, nee. Überhaupt nicht. Und ich fand das eigentlich gar nicht dunkel da drin. Nee. Das ist doch überall. Ups, das hab ich dir so ein Ding geklaut, ja? Das sind überall, äh. Hopp. Ja, also, ich find's auch ein bisschen, ähm, Clowstone-Dinger. Eigentlich schon, ne? Kann ja nicht zu dunkel gewesen sein, eigentlich. Aber normalerweise nicht, ne? Aber gut, was ist schon normal? Was ist normal, ne? Ja, hast recht. Ups, so lahm. Ein Bett, das stell dich oben hin. Das mach ich mal wie Inaria. Inario. Mensch. Wommi. Ja, ein Bettchen braucht man schon, ne? So ein Bettchen ist schon schön. Eine Spinne gehört? Die kann ja hier hochglittern, eigentlich. Ja, das stimmt. Theoretisch kann das tun. Aber die macht aber nix. Ja, ich find auch, die Spinnen sind nicht so aggressiv, ne? Erst bei Sichtkontakt halt. Die gehen dann schon. Die Endermänner find ich teilweise auch ein bisschen lästig, aber. Gut, aber die kann man auch schnell töten, find ich. Ja. Und du brauchst die halt auch, ähm, die Enderperlen brauchst du ja für alles Mögliche. Ja. Du hast dann halt frei Haus. Warst du schon mal in einer Festung? Also in einer richtig großen Festung hier? Nein. Ja, da braucht man auch ganz viele Enderaugen. Echt? Warum? Ja, dann kann man nämlich ein Portal aufmachen. Dann kommst du praktisch ins Ende. Ah, okay, ja. Und da ist der Endertrache. Und wenn man den besiegt, ist es viel geschafft, praktisch. Ne, da war ich noch nicht. Ne, ich auch nicht. Boah, ganz viele Hexen. Meine Güte, was ist denn hier los? Oh, ein Enderman. Ups, fast angeschaut. Hast du ein Bücherregal in der Nähe, das ich mir irgendwie klauen kann? Ich habe, unten sind im Lager. Ja, musst mal gucken. Keine Bücherregale. Okay. Aber da sind Blätter auf jeden Fall. Und, ähm, und Zeug, dass du dir da craften kannst. Leder ist da. Und also müsste eigentlich alles auffindbar sein, was man braucht. Gut, ich guck mal. Musst mal schauen. Oh, Blätter. Könnten die denn sein? Ähm, Blätter sind da, wo das Tintenfass drauf ist. Ah, ja, macht Sinn. Ups. Ich bin mal das Tintenfass gedreht. Äh, wie viele Bücher brauche ich denn? Ein Regal braucht drei Bücher, ne? Braucht drei Blätter. Oder, nee. Ich weiß gar nicht aus wie viel, wie viel, ähm. Ich habe drei pro Buch. Eins, zwei, drei. Ein Buch. Ja, Zuckerrohr ist sonst noch da. Also Blätter kannst du auf alle Fälle machen. Also da. Nee, sollte reichen. Ähm. Ja, passt. So, dann komme ich mal zurück. So, dann setze ich da nämlich mal noch eine Lampe hin. Komisch, die Türen waren auch auch zu seltsam. Oh nein, das wird ja komisch. Ah. Guck, guck. Guck, guck. So, na, ist ja schon wieder repariert, hat gar keiner gemerkt. Ja, nee, ist gar nichts passiert. So. Special effects. Eins, ups, zu viel. Und jetzt sind ja hier unten Fackeln, wie gesagt, dann, ähm, passiert da ja auch nichts mehr. Das geht dann schon. Ja, gut, ne? Und falls ich die Treppe nicht wieder so gebaut habe, wie sie eigentlich gehört, backe ich einfach einen Kuchen, den stelle ich ihm auf den Tisch und dann fällt das Ganze auf. Fertig, ja. Merkt das keiner. Ist das nicht so schlimm. Jetzt wollte ich irgendwas, jetzt weiß ich nicht mehr was. Ey, ich bin so, äh. Okay. Ich bin aber überlegen, ob ich mir hier auch diese... Diese... Closedone... Nee, das wäre zu schweinzig. Das wird auch komisch aussehen. Ähm... Ist gerade ein Zombie bei den Willi reingegangen. Was hat denn passiert? Oh, Creeper. Äh, was ist denn, was war denn das? Ja, da ist ein Creeper, pass auf, der... Gottes Willen. Ne, da verstecke ich mich in meiner Butze. Ja, finde ich gut. Das klingt nach dem Plan, ne? Guck ich mal, wie ich hier oben noch ein bisschen, ein bisschen was... Hier mache ich den Tisch hin. Ich muss dringend einen Dschungel finden, damit ich hier überall Katzen hinsetzen kann. Oh ja, machen die... Ja, ja, klar, die greifen ja an. Ähm, ja, die Creeper mögen keine Katzen. Die kommen dann gar nicht erst so nach am Großartig. Das ist ja cool. Die können sich nicht so leiden. Ja, ja. Aber ich habe noch keinen Dschungel gefunden. Das ist halt echt irgendwie blöd. Ich kenne das. Ich suche auch schon seit, ähm, ich glaube, 120 Folgen oder so in Dschungel. Ja, also... Ja, doch, 120, ich komme sogar hin. So, äh... Ich habe noch eine Katzen halt. Gut, da baue ich mir mal einen kleinen Tisch hier hin. Das sieht auch sehr gut aus. Da ist dann die Witch, die Spinne, Skelett, Creeper und so. Ja, alles zusammen. Die stehen da alle, als ob die Party machen. Was? Die haben da so ein kleines Sit-in, sitzen da so zusammen. Das ist echt unglaublich. Die anonymen Antagonisten, oder wie man das nennt. Ja, wirklich. Oh, sehr gut. So ähnlich. Oh, Mann. So. Ah, dass man die Druckplatten noch nicht farbig machen kann, finde ich ein bisschen doof. Ja, das ist ein bisschen doof. Das stimmt wohl. So. Ja. Aber guck mal, das ist doch echt so ganz cool. Tische. Tische gehen mit Stufen. Ach, Quatsch. Stühle. Sag ich Tische. Stimmt doch gar nicht. Ja. Was für ein Dach möchtest du denn hier eigentlich drauf haben? Am liebsten gar keins. Ach, das soll offen bleiben. Ja, okay. Ja, ja, gern. Ja, ja, ja. Kann man hier ja Gott sei Dank machen, was regnet ja nicht rein, weißt? Ja. Oh, Mann, der arme Willi. Das geht ja gar nicht. Das ist ein Zombie. Jetzt ist es ein Zombie. Mensch, Willi. Mensch, Willi, was ist los mit dir? Unglaublich. Scheiß Gewerkschaften. Ja, aber echt, ey. Deswegen habe ich hier eine Regenrinne, siehst du? Das ist nämlich die Regenrinne. Ach so, ja, ja. Wenn es hier regnet, das fließt da runter und dann gleich raus. Aber es regnet in der Wüste nie, niemals. Och, na dann. Dann ist das die, ne? Das ist manchmal so lustig, wenn du hier zur Green Iron Firma gehst. Da regnet es halt manchmal. Und dann siehst du mal auf der Mitte von der Brücke, da ändert sich dann das Gebiet und auf einmal, pom, Regen vorbei. Das ist sehr schön. Ja, die Biome haben halt scharfe Kanten, ne? Ja, ja, ja. Da ist kein fließender Übergang zu finden. Was hältst du denn von diesen Closedone-Dingern? Tischchen. Ja. Also ich finde die gut. Ich hätte aber wahrscheinlich keine weiße Wolle draufgelegt. Ich hätte mir eine andere Farbe wahrscheinlich genommen. Ich habe erst gedacht, dass da Schnee drauf ist. Ja, sieht aus wie Schnee, ne? Ne, da kommt auch was andere zu hin. Da hast du recht. Ich würde eine andere Farbe einfach machen, dass sich das ein bisschen abhebt vielleicht. Du könntest grau nehmen, wenn du das hier farblich passend zum restlichen Haus haben willst. Könntest du hier graue Wolle nehmen. Ja, ist ja gut. Muss man da direkt jetzt die Wolle neu machen oder kann man farben? Ich habe, oh, ich habe, oh nein. Ne, 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 ne. Schaar. Ist kaputt. Der ist von hier reingekommen. Ich mache hier mal den Zaun wieder dicht hier. Okay. Dann kommst du ja zwar nicht raus, außer durchs Haus. Da müssen wir dann vielleicht ein Tor irgendwie noch setzen oder so. Aber der kam jetzt. Hast schon, okay. Ich habe keinen Slap. Achso, hier habe ich. So. Gut. Ja gut, dann kann man halt unten durch. Muss man dann. Auch gut. Auch nicht schlecht. Oder man guckt, dass man, oder, ich meine, du kannst ja auch oben durch. Oh, ist ja schön. Ja, ne, dann hast du es da ein bisschen beleuchtet, ne, denke ich. Dann, ähm, also du könntest ja rein theoretisch auch hier oben lang, ne. Also hier. Stimmt, bei Andréna. Auch hoch. Dann kommst du hier bei Andréna raus. Autsch. Ich bin zu doof zum Treppen gehen. Ich habe auch hier einen schönen Teppich hier. Ja, einen grünen Teppich. Keinen roten, grünen, ne. Zum grünen Haus sozusagen. Der Andréna hat ein Schleimbild bei mir. Leim. Achso. Ja, das Grau ist cool. Der graue Teppich. Ja, ich guck mal, da habe ich nämlich. Ja, genau, warte, ich habe hier hellgrau oder grau. Muss mal gucken, in der Kiste ist sogar Teppich drin. Also, in hellgrau und in grau. Nimm den hellgrauen. Drei Stück. Ja, da kannst du. Kannst du was reinlegen gerade? Dann hebt sich das ein bisschen ab. Als Ausgleich. Da lege ich drei weiße rein, siehst du? Da ist ein Illuminati-Bild. Ein Illuminati-Bild? Da ist Beverly. Ja, hier. Da ist eigentlich Beverly drauf. Ja. Das ist schon lustig, ne, wenn man da verschiedene hat. Ja, ja. Nee, da war falsch. Ja, da ist auch falsch. Da ist auch falsch. Das ist ein Labyrinth, meine Güte. Ja, und das ist auch... Die kann ich aber auch nicht wissen, dass wir von oben gekommen sind. Das ist vielleicht eine Minute her. Und das wird bestimmt noch schlimmer, ne? Also, wenn mir noch so ein paar läutet, dann irgendwann findest du dich gar nicht mehr zurecht. Dann schläft jeder einfach irgendwo. Irgendwo, ja. Sind ja genug Betten da. Ups. Ja, das ist besser mit... Ja, finde ich auch. Das hebt sich ein bisschen ab. Da hast du recht. Da hast du wirklich recht. Ja, ja. Hm. Hm. Äh, hab ich noch Eisen? Mach mir ja immer gern. Nee, so nicht. Ach, guck mal. Eine Wägeplatte als, so als Herd, ne? Ach so, ja. Hm, hm. Ähm, geht nicht. Auf einen... Blausatz. Ein Block auf einen Ofen, ja. So. Irgendwie konnte man die doch noch umdrehen, oder? Habe ich da noch nicht was? Das weiß ich nicht. Ich bin am überlegen. Ich weiß auch nicht mehr. Also ich... Die können schwören, die könnten man mal umdrehen, dann waren die dunkel. Habe ich beim Kronk, glaube ich, mal gesehen. Ach so, das weiß ich gar nicht. Okay. Ich weiß auch nicht mehr. Ach, Tür, ne Tür brauchst du auch noch, oder willst du Tag der offenen Tür lassen? Ja, ich hab Tag der offenen, oder? Ja, ja, ich weiß nicht, ist halt von der... Also du müsstest ja, wenn du eine Holztür nehmen, ist halt schwierig, da das passende Holz zu finden. Ja, stimmt. Na, also man könnte es theoretisch... Eisentor? Weiß nicht. Ja, hm. Wie sieht das aus, ne? Nicht so leicht, ne? Vielleicht. Probier mal. Mehr als abreißen. Ja, ja, eben. Können wir dann auch nicht machen. Damit hier keine Creeper reinkommen, ne? Das will man nicht. So, Eisentor. Oh, ich weiß nicht, oder? Warte, ich komm mal runter. Ach so, du bist oben, okay. Ich bin oben, ja. Ich hab von deinem Balkon geguckt. Ach, die geht ja wieder. Ich komm ja nicht raus. Hier nur mit Knöpfen, ja. Ja, ja. Oh, Bombi. Ich komm auch nicht raus. Komm nicht rein. Oh nein. Hausbesetzer. Oh nein, warte. Guck mal, warte mal. Guck mal gerade bei Inaria, dass ich mir einen Knopf bauen kann. Ja, ich baue hier auch mal einen provisorischen aus Holz jetzt, ne? Kann man keine Steinknöpfe machen? Doch, kann man. Warte. Aber ich hab nur einen aus Holz jetzt. So, ich hab... Ach, da muss man aber Stein haben. Keinen Bruchstein, ne? Diese Minecraft da. So. Komm ich aber auch nicht rein. Das sieht halt ein bisschen nach Knast aus, so. Ja, nee, natürlich nicht. Nee. Knast ist nix. Das gefällt mir nicht. Gefängnis werden, ja. Ja, nee. Knopf auch wieder wegmachen hier. Hm. Dann... Ja, was passt da hin? Helles Holz habe ich Birke? Ja, also helles Holz gibt's ja nur Birke. Oder du nimmst halt zu deinen, ähm, Marienkäfer-Fühlerchen. Weißt du, aus Schwarz-Eiche die Türen. Ach so, genau. Die sind halt so dunkelbraun dann. Probier ich mal. Dann können wir ausprobieren, ob das vielleicht was ist. Das Marienkäfer-Häusler. Ja, stimmt. Hatte ich eigentlich gar nicht geplant, dass das so aussieht. Könnte schlimmer sein. Da fehlt jetzt oben noch so ein Balken, irgendwas. Ja, ja, ja. Vielleicht Wolle auch nur. Ja, ich glaube, ich würde auch einfach Wolle hinsetzen, ja. So? Ja. Okay. Ja, so passt's doch. Ja, sieht aus wie so ein Mund, bisschen. Ja, also ich finde so passt's. Ja, ich finde es schön. Ja. Tatsächlich doch. Ich bin, äh, überzeugt. Wird drin einziehen. Sehr schön. So not. Oben ist noch ein bisschen karg. Ja, aber da kannst du ja noch, noch einrichten auf jeden Fall. Mhm. Na. Ich würde sagen, wir beenden die Folge, oder? Wie lange sind die bei dir? Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei 18 Minuten und 50 Sekündchen. Genau. Und, ja, dann empfiehlt ja jetzt nur noch die Inneneinrichtung. Genau, Mensch, das schaffen wir doch. Ja, super, ich freue mich. Oh nein, der Wombi ist abgestürzt. Äh, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Warte, irgendjemand was verschüttet. Tschüss.